Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir, Erik Oliver Mechler. Im heutigen Video zeige ich euch, wie man WordPress mehrsprachig machen kann und welche Plugins man dafür verwenden kann. Wer also auch gerne seine Website in mehreren Sprachen anbieten möchte, der bleibt jetzt dabei. Jetzt geht's los. Wir wohnen ja nicht in einer Welt, in einer perfekten Welt, wo wir alle die gleiche Sprache sprechen. Jedes Land hat eigentlich eine eigene Sprache und manche Länder wie die Schweiz hat sogar 4, 5, 6, 7 Sprachen und viele, viele Dialekte. Aus diesem Grund sollte man auch eine Webseite immer so aufbauen, damit sie die Zielgruppe, das Ziel Land, wirklich erreichen kann, ohne dass es große Barrieren gibt. Aus diesem Grund macht man auch viele WordPress-Seiten mehrsprachig. Natürlich kann man jetzt auch WordPress als Blog-Netzwerk aufbauen und dann für jede Subdomain zum Beispiel die WordPress-Version übersetzen. Dann braucht man kein Plugin. Man hat dann einfach 4, 5 verschiedene WordPress-Versionen oder WordPress-Installationen auf der gleichen Domain. Das ist auch eine sehr schöne Methode. Die setze ich auch sehr gerne ein und man muss auch schauen, dass alle Plugins wirklich fähig sind, solche Installationen zu unterstützen. Aus diesem Grund gibt es einen einfachen Weg und zwar den Weg über Plugins. Und jetzt möchte ich euch kurz ein paar Plugins vorstellen, mit denen man WordPress mehrsprachig machen kann. Da wäre zuerst einmal Polylang. Das ist ein sehr bekanntes Plugin. Das installiert man und dann kann man wirklich eigentlich alles übersetzen. Es ist sehr gut, es ist sehr einfach gemacht. Das kann man verwenden. Dann kann man natürlich auch Translate WB-Website vom Weglog Translate verwenden. Das kenne ich jetzt nicht so. Ich habe auch schon viel Gutes gehört. Kann man einsetzen. Könnt ihr ausprobieren. Dann gibt es natürlich noch das WP-Multilang Plugin. Ebenfalls ein Gratis-Plugin, bei dem man sehr einfach Dinge übersetzen kann. Aber auch hier, wie die anderen drei, die ich vorgestellt habe, es ist nicht perfekt. Es ist wirklich sehr einfach gemacht. Und jetzt kommen wir zu meinem Lieblings-Plugin. Das wohl mächtigste Plugin für mehrsprachige Webseiten. Das ist das sogenannte WPML-Plugin. Mit dem kann man wirklich viele, viele Dinge machen. Man kann Shops übersetzen. Man kann Strings übersetzen. Man kann die URL übersetzen. Und so weiter und so fort. Aber eben, auch hier muss man wirklich schon fast ein Raketenwissenschaftler sein, um das wirklich korrekt einzustellen. Aber es lohnt sich. Aber es ist ein Pay-Plugin. Die anderen, die sind alle zum Teil freemium, zum Teil absolut gratis. Also nochmal kurz gesagt, Polylang ist ein sehr schönes Plugin. Dann haben wir hier das Translate-WP-Website. Dann haben wir hier nochmal das Multilang-Plugin. Und mein Lieblings-Plugin, das WPML-Plugin. Es kostet was, aber es lohnt sich. So, das war's also. Denkt dabei, unter egmechler.live findet ihr weitere Webinare und Workshop-Termine, bei denen ihr mich zum Thema WordPress, Online-Marketing, Social Media oder E-Commerce hören sehen und auch was lernen könnt. Dann hoffe ich, euch hat dieses Video gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch oder einen Daumen runter geben würdet. Ehrliches Feedback ist immer gut und darüber freue ich mich immer. Dann wünsche ich euch jetzt noch viel Spaß und bis zum nächsten Video. Tschüss, Samme, ciao.